Die Unternehmenskasse kann im Rahmen der Unternehmensfinanzierung sehr gut in ein Konzept zwischen Factoring, Leasing und letztendlich auch Unternehmenskasse eingebunden werden. Factoring ist die schnelle Mittelherkunft, natürlich kurzfristig. Forderungen werden verkauft und im Prinzip vorfinanziert. Leasing ist eine Finanzierungsart mittelfristig, die im Prinzip auf die Nutzungsdauer, auf einen Teil der Nutzungsdauer eines Wirtschaftsguts abgestellt ist. Und die Unternehmenskasse ist für mich die lange, langjährige Basis- und Sockelversorgung eines Unternehmens mit Liquidität. Für einen langen Zeitraum wird erhebliche Liquidität zur freien Verfügung des Unternehmens zur Verfügung gestellt und damit eine sehr gute alternative Mittelherkunft von großer Effizienz.